Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Uri. Ähm, ich weiß nicht, wir haben heute ein bisschen viel vor, denke ich. Ähm, die grauen Stellen absuchen sind nicht mehr allzu viele und wir kommen auch hoffentlich um einiges besser an die letzten Sachen dran. Ich meine, hier oben kommen wir immer noch nicht dran, aber schauen wir mal. Ähm, wir gehen jetzt erst einmal nach links. Oh. Hallo? Hast du denn schon richtig geladen hier? Nein? Hat er nicht? Und ja, ich glaube auch, dass mein... Ah, so war's. Dass meine Grafikkarte schon ein bisschen im Arsch ist. Die ist auch nicht die beste. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, welche das ist. Meine... Ah, GeForce 1050? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Und da wollte ich mir sowieso mal eine neuere zunehmen, aber im Moment ist... gibt's da die Zeit, beziehungsweise das Geld da nicht für. Voll mit dem Umzug jetzt. Also muss ich nämlich noch ein bisschen gedulden. Und ich würde da hier liegen. Und dann wird das schon. So, wir wollen noch Urwenden. So, gut. Aber was ganz gut ist... Oh, blablablabla. Ah, hier kam er ja nicht weiter, ne? Ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. Oh. Lala. So. Dann kam er nicht weiter. Oh. Da oben kommen wir auch nicht weiter. Ja, wir wollten uns ja gleich wegporten. Hm. Ich hab's vergessen. Es ist leider schon ein bisschen zu lange her. Ja. Ja. Und hier kommen wir nicht weiter, weil es geschlossen ist. Okay. Na, wenigstens haben wir die graue Stelle da. Das ist doch gar nicht mal so schlimm. Denke ich. Okay. Hoppala. So. Oh. So. Ähm. Wir wollen uns weg teleportieren. Und zwar... Mal nach da oben. Weil da oben war... ...noch irgendwas, was wir abholen konnten, meine ich. Das hat ein wenig lange gedauert. Alles dauert hier gerade ein wenig lange. Boah. Ruhig. Ganz ruhig, Brauna. Oh. Hümmel, hümmel, hümmel. Nein. Opsala. ja musste kurz die tasse wieder finden so sehr schön dann haben wir das nämlich auch haben wir hier alles fertig wobei hier noch nicht alles auch fertig ist aber hier ist doch alles frage das ist aber der loma see ja wo fehlt denn hier dann noch was nee das noch mit zum ach keine ahnung ok dann gehen wir mal wieder zurück und sagen dem muki bescheid was mit wolo passiert ist wobei es garantiert schon wissen im jim Hallo? Weiß ist... Weiß? Hallo? Das dauert mir um einiges lange. Ich glaube, ich werde trotzdem mal nach nah. Nach nah. Oh, wie Karte ausschehecken. Achso, hier war nichts mehr. Oh, 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 oh. Ja. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Ach, das nervt mich ja jetzt. Das nervt mich. Warum machen die das? Warum macht mein Computer das? Aua. Oh. Oh. Kann ich die auch da hinbouncen lassen? Oh. Am besten nicht, währenddessen ich drauf springe. Nee. Hm. Okay, dann nicht. Okay. Ähm. Wir heilen uns. Oh, da unten. Warte mal. Nächste runter. Tschau. Ah ja. Da war ja was. Okay. Probieren wir es nochmal. Au. Ja. So ist es doch. Gut. Hi. Mucki. Ja, wusste es noch nicht. Zu seinem Teich im Tal bringen. Zu seinem Teich im Tal bringen. Na klar. Dankeschön. Oh. Jetzt hab ich ein wenig schnell. Das ist ja jetzt doof. Warte mal, wo waren sein? Da. Da ganz hinten? Pff. Was machen wir denn jetzt hübsches? Ähm. Wir gucken jetzt mal da weiter. Ja, wo ist das? Jetzt hab ich noch mal da. Da. Ja. Da. 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 Das war's garantiert auch nicht, aber es ist nicht so schlimm. Aber hier unten ist noch ein... Ah. Hahaha. Diesmal verarscht ihr mich nöhlich. Uh, das war knapp. Cool. So, wo schauen wir denn mal als nächstes hin? Wie wär's hier? Hier ist so ne graue Stelle. Ich finde die Artefakte in der Mitternachtshöhle. Achso, aber in die Mitternachtshöhle kamen wir ja noch nicht rein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da. Ah, wir hatten doch ne Saat bekommen. Was machen wir denn da jetzt am besten? Gehen wir einmal da lang? Ja, ne? Wir gehen einmal komplett geradeaus. Oh. Da unten waren wir schon. Ich bin so froh, dass wir dieses Unterwasseratmen genommen haben. Ich habe das bei vielen anderen gesehen, wo ich mir dann dachte, was ich nicht kenne. Oh mein Gott, ich nehme denweg donc, das ist das für mich, der gesagt, dann nacke ich- durften ich erinnere mich aber warum auch immer kommen wir hier nicht weiter hätten wir hier nicht irgendwas machen können ich habe nur noch ein leben ok jetzt müsste ich vielleicht ein wenig vorsichtiger vorgehen und nicht so halloo oh ich boxe den weg oh halloo ähm ja kann ich mich hier nicht irgendwo hinstellen oh bitte na sehr schön oh okay ähm das ist eigentlich nicht der weg den ich gehen wollte oh 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 drück mal falsch ähm aber okay denke ich oh hallo danke warum ändert sich die musik jetzt au 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 oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020